Goethe-Zertifikat B1 Prüfung, Sprechen Thema Öffentliche Verkehrsmittel Das Thema meiner Präsentation ist öffentliche Verkehrsmittel. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe seit zwei Jahren kein Auto mehr. Ich fahre langere Strecken gern mit der Bahn, mit Bus, Straßenbahn, U-Bahn oder Zug. So habe ich keinen Stress mehr. Mit diesen Verkehrsmitteln kann ich fast überall hinkommen. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In meiner Heimatstadt fahren die meisten mit dem Auto. Darum gibt es wenige Busse. Im Vergleich zu Deutschland ist das öffentliche Verkehrssystem nicht so gut. Zum Beispiel es gibt wenige öffentliche Verkehrsmittel. Deshalb ist meistens viel los. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil Offenliche Verkehrsmittel sind billiger, stressfreier und günstiger als das Auto. Man kann während der Fahrt etwas lesen und günstiger, manchmal auch schneller, im Vergleich zu den Kosten eines Autos reisen. Man muss nicht immer voll konzentriert sein und kann sich gemütlich hinsetzen. Zum Beispiel, wenn man von hier nach Stuttgart fahren will. Mit dem Zug ist es sehr entspannt. Es kostet nicht sehr viel und das ist bequem. Man kann im Zug Getränke und Keks bestellen und hat auch Mittagessen, Abendessen oder man kann sich im Zug unterhalten oder Film sehen. Nachteil Meistens ist viel los. Es ist nicht alle Verbindungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht. Einige Orte in Deutschland mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr schwer zu erreichen. Wenn wir öffentliche Verkehrsmittel benutzen, müssen wir oft warten. Zum Beispiel, wenn ich heute um 8 Uhr nach Frankfurt fahren will. Gibt es kein Ticket für 8 Uhr. Ich muss warten. Oder im Winter. Mit der Kälte, Regen oder Schnee ist oft nicht angenehm. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass man etwas für die Umwelt tut. Wenn man wirklich mit dem Autofahren braucht, benutzt es. Ich persönlich denke, dass die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmitteln bequemer als das Auto ist, wenn du in einem Ort ohne kostenlose Parkplätze fährst. Ich frage mich immer, braucht heute wirklich jeder ein Auto? Manche haben es sogar zwei. Warum eigentlich? Man kann sich Autos doch auch mit Familie teilen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.